Deine Geburtsurkunde ist eine Entschuldigungsbrief von der Kondomfabrik. Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 42. Folge. Wie du siehst, stehen wir vor einem anderen Haus. Nein, nicht zu früh, Freunde. Es ist nicht das Haus, wo wir später einziehen werden. Das wäre jetzt ein bisschen zu früh gewesen. Ja, wir sind nämlich in Urlaub gefahren. Nach Granite Falls. Ich hoffe, der Name ist so korrekt ausgesprochen. Wir machen zwei Tage Urlaub. Genau. Ich habe es für zwei Tage jetzt den Samstag und den Sonntag gebucht. Eventuell bleiben wir vielleicht den Montag nochmal gucken. Ich weiß es noch nicht, wie es den beiden, den drei, eher gesagt, Spaß macht. Wir haben ja immerhin auch unseren Scheniboy dabei. Ich würde sagen, wir machen uns alle mal eine Runde, dass wir nicht weglaufen. Und ich wollte euch jetzt mal kurz die Unterkunft zeigen, weil ich hatte ja auf Instagram schon letztens ein Bild gezeigt. Ich habe dann direkt gepostet, in die Story geteilt, wie auch immer man das nennt, dass ich ein bisschen die Unterkünfte verändert hatte. Ein bisschen angepasst, weil es mir nicht so zugesagt hat. Ja, das ist jetzt die Unterkunft. Die hat, glaube ich, zwei Zimmer. Genau. Hier ist einmal das Elternschlafzimmer. Hier werden auch April und Shane schlafen. Ich denke, wir werden direkt die Bettenzimmer zuweisen. Ich habe extra darauf geachtet, dass ein Fernseher da ist, weil wir ja im Fernseher dann den Countdown sehen können. Weil heute ist Silvester und am nächsten Tag feiert die Emi Geburtstag. Es passt total. Die Emi feiert ihren Geburtstag. Ich hatte überlegt, dass wir nur ihre Freunde einladen. Weil die meisten altern ja direkt an diesem Tag auch. Und dann können wir die über den Kuchen direkt mit altern. Aber ich sage nicht zu viel, weil das letzte Mal hat das auch nicht so wirklich funktioniert. Deshalb lebt es mir nicht übel, wenn es nicht wieder gut läuft. Ja, dann haben wir hier hinten das Wohnzimmer. Extra mit Kamin finde ich total schön. Im Bad. Hier ist dann so Essen-Küsch-Bereich und hier oben geht es dann nochmal weiter. Jetzt sitzt sie direkt neben mir, wie so ein kleiner Wachhund. Ja, hier oben haben wir dann nochmal ein kleines Bad, nur mit einer Dusche. Unten war die Badewanne mit Dusche drin. Ja, und ich hatte halt noch ein kleines Kinderbettchen mit Reiche, weil normalerweise sind es nur die großen Betten. Und wenn man eine Familie hat mit auch gleich Kindern, ist das natürlich total blöd, weil man kann nicht bauen. Ja, voll cool. Sonst finde ich das Haus wirklich schön. Hier kann man dann noch verschiedene Spiele spielen. Und wenn man dann hier in den Gartenbereich guckt, haben wir hier eine Schaukel, beziehungsweise die habe ich hingestellt. Auch das Klettergerüst, das war schon. Und ja, hier Planschbecken. Okay, es ist natürlich jetzt Schnee, aber man kann es ja trotzdem alles benutzen. Den habe ich noch hingestellt. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie der Urlaub denen gefällt. Ich habe das letztens mit meiner privaten 100 Baby Challenge auch schon gemacht. April, was hältst du davon, wenn du dich bei ihr... Können wir uns nicht vorstellen? Okay. Naja, wir machen jetzt mal hier Play. Ja, und was in der letzten Folge passiert ist... Ja, wie du es an der Blase jetzt schon siehst, die April ist schwanger. Ich war ja zu Beginn nicht so gerade überrascht, überwältigt und was weiß ich was. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ohne Ende habe den MC Command Center durchforstet. Es ist alles so, wie ich es eingestellt habe, aber sie ist schwanger geworden durch Tächteln. Das ist mir sonst noch nie passiert. Die Tächtel-Mächtel-Funktion ist auf 20%. Das ist ja ein Hauch von nichts eigentlich. Aber ja, unsere gute April mit dem guten Schellen, die haben einfach mal ein Kind jetzt gezeugt. Und mittlerweile freue ich mich natürlich. Ich bin sehr gespannt, was es wird, ob die April die Eminen kleinen Bruder kriegt oder eine kleine Schwester. Ich hoffe natürlich, dass es vielleicht nur eins ist. Wenn es Zwillinge werden, freue ich mich natürlich noch umso mehr. Dann haben sie direkt auf einmal nochmal zwei Kinder. Heißt, sie hätten dann zwei zusammen. Ich hatte auch überlegt, sobald die beiden heiraten, dass der Shane die Emmy adoptiert. Ja, aber jetzt genug gebabbelt. Die Emmy geht direkt schaukeln, finde ich klasse. Mima, du denkst auch daran, dass du gleich aufs Klöchen musst, gell? Und der Shane und der April können mal kurz knuddeln. Was hast du jetzt, April? Bei dir ist doch alles gut. Ja, und hier drüben, das ist das größere Haus, da sind insgesamt vier Schlafzimmer. Oh, wie schön, das voll die Weihnachtsbeleuchtung ist das bei uns eigentlich, auch. Nicht so wirklich. Ja, ihr Süßen, was wollt ihr denn machen? Kommt, ihr könnt euch mal raussetzen, könnt euch unterhalten. Der Emmy zugucken. Ihr guckt mal, hier ist doch eine Bank. Könnt ihr euch zusammen hinsetzen? Ah, die Emmy machen wir aber jetzt kurz raus, weil sonst steht die auch auf. Und das wäre ja dann ein bisschen blöd. Ach, jetzt habe ich, wenn ich die Emmy raushau, habe ich jetzt die anderen auch rausgehauen, gell? Yep. Das war wieder total intelligent von mir. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde das Häuschen wirklich süß, auch als Urlaubsort total schnuckelig. Achso, hier hinten haben sie auch einen Pool. Und ich bin sehr gespannt, wie es den beiden gefällt, beziehungsweise den drei. Es sind ja mittlerweile drei. Eine kleine Überraschung soll auch in dem Urlaub noch passieren, aber mehr dazu sage ich jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, als Familienzusammenführung, weil ja bald der Nachwuchs auch kommt, bald, also in knapp sieben Tagen. Die Apple ist noch, da ich das ja so eingestellt habe, dass die Schwangerschaft länger dauert, hat sie noch zwei Tage bis zum zweiten Trimester, da sind es nochmal drei Tage bis zum dritten. Und dann dauert es ja zwei Tage, bis dann die Wehen einsetzen. Heißt, wir haben insgesamt drei, fünf, sieben, fast zehn Tage. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch das ganze Geld zusammen haben. Vielleicht sogar das Ganze aus, dass wir gar nichts uns irgendwie leiden müssen. Hörst du auf? Du bleibst drinnen. Nein, du bleibst drinnen. Soll ich sie brav. Und ja, ich finde, sie sieht einfach super süß aus mit ihrer kleinen Kugel, die man jetzt nicht so sieht. Und ich glaube, der Shane hat auch den ersten Schrecken, die große Neuigkeit erzählt. Er weiß es doch, April. Wir können natürlich nochmal mal gucken, ob er auf dieselbe Art reagiert. Könnt euch noch küssen. Okay, die Reaktion hatte er auch gestern. Aber ich glaube, das Plus war letztens nicht. Wie süß. Och Gott, ihr Süßen. Ja, dann hier, dann könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. Ihr könnt euch ja ein paar Namen überlegen, wenn ihr wollt. Könnt ihr hier kennenlernen. Aber wir müssen ja bis zwei Uhr auch das Silvester-Ding gemacht haben. Aber was könnt ihr denn hier noch machen? Kennenlernen hatten wir eben schon. Mit Hörnertröten. Und, Emi, was machst du? Ja, ich habe eine andere Maus. Die spinnt dezent. Ich kann nicht so gut raus scrollen und rein. Deshalb versuche ich so wenig wie möglich zu scrollen. Emi, was hältst du davon, wenn du hier ein bisschen spielst? So, jetzt musste ich kurz die Tür aufmachen, weil unsere Katze raus will. Kleiner Stinkbär. Ah, genau. Ich habe dann noch, als ich den letzten Part gestern aufgenommen habe, die Ellie umgestylt, weil die Ellie ist auch zum Teenager geworden. Die werdet ihr dann alle nochmal live sehen. Was machst du schon wieder da unten? Und, ähm, bin gespannt vor allem, wie die anderen aussehen. Don Lothario kenne ich leider nicht. Deine Geburtstagsurkunde ist ein Entschuldigungsbrief von der Kondomfabrik. Also, das hatte ich ja jetzt noch nie. Ganz ehrlich. Oh, der April ist wieder übel. Ja, aus meinem Gehirn löschen, das würde ich auch wollen, April. Party-Stimmung. Haben wir ein Radio? Ich habe ja der April ein paar Sachen ins Inventar gepackt. Damit wir nicht so vollkommen ohne irgendwas reisen. Sein Radio habe ich zum Beispiel auch mitgenommen. Ich habe an alles gedacht. So, das können wir hier hin machen. Ja, April, willst du mal den Kamin anzünden? Machst du den jetzt an? Anzünden, perfekt. Ja, da kannst du den Radio auch noch einschalten. Ähm, du kannst... Komm, wir machen mal Winterzauber machen wir an. Kamin ist an. April ist leider übel, April. Ich bin nicht so der Freund davon, aber wenn die sich meistens übergeben, geht es denen dann eigentlich besser. Sie müssen zwar dann immer das Klöchen putzen, genau, das sind die ganzen Packs, die wir gestern noch gekriegt haben am Kindertag. Eine ganze Menge. Ich hoffe nur, dass der Shane jetzt nicht einfach abhaut. Anni, der hat sich gerade Lüstchen gemacht. So, April, jetzt musst du aber auch das Klöchen sauber machen. Wir haben einige Pflanzen gekriegt. Wieso kannst du das Klo nicht sauber machen? Anni, nicht übergeben. Hä? Äh, April? Wieso kann sie das Klo jetzt nicht sauber machen? Du sollst sauber machen. Suppi, eine Toilette weniger. Amy, da würde ich mich jetzt nicht draufsetzen, bitte. Nicht, das ist echt ein bisschen eklig. Guck mal, hier oben haben wir doch auch noch ein Bad. Dann darf die Apple halt sich nicht mehr übergeben. So leid mir es tut. Und dann, Hunger habt ihr noch nicht, aber die Amy hat. Du kannst ja dann da ein Gericht nehmen. Und, ah ne, das bringt jetzt noch nichts, oder? Wenn wir jetzt das schon angucken. Ja, April, willst du dich dann mal hier kurz wärmen? Ich bin gespannt. Ich war noch nie so wirklich mit den Sims in Urlaub, was man so alles machen kann. Ob das vielleicht zu langweilig wirkt. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich finde es nämlich eine gute Gelegenheit. Ja, du kannst dein Klösch und es sauber machen, Schatz. Das stinkt. Warum auch immer du das jetzt nicht sauber machen kannst. Ich weiß es nicht. Jenny, ich hoffe, du bleibst wirklich die ganze Zeit bei uns. Macht sie es jetzt sauber? Ich lache mich jetzt tot, wenn sie es sauber machen kann. Das gibt es echt nicht. Jetzt kann sie es klau sauber machen. Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was müssen wir denn machen? Ja, wir können leider. Wir haben hier leider keine, der doch dekoriert ist. Aber wir können nichts dekorieren. Shane, kannst du vielleicht den Teller auch wegräumen? Oh, Freund, wenn du bei uns dann irgendwann einziehst. Ich bring dir Manieren bei. Ah, die Emmy will dann noch Zähne putzen. Ah, dann hier, mein Schatz, bitte schön. Putz deine Zähnchen. April, nimmst du dir auch was? Ah, nee, du räumst jetzt für den Shane auf. Okay. Emmy, du darfst dann hier deine Würstchen später essen. Und dann können ja die April und der Shane sich zusammen hinsetzen, sich noch ein bisschen unterhalten. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich finde es halt schön, dass es auch schneit. Wir können ja da zwar nicht angeln, aber das ist egal. Ja, echt schön. Und Shane, komm, ihr könnt da ratschen, dass die April ein bisschen was von ihrem Feiertag abarbeiten kann. Und wahrscheinlich hilft das dem Shane auch. Du kannst ihm mal ein paar Erziehungstipps geben, weil immerhin kriegt er ja bald ein Baby mit dir. Betty, was machst du? Machst du schon wieder? Du kleines Märchen. Guck mal, du kannst ihm eine dramatische Geschichte erzählen, dass du das nicht fassen kannst, dass du schwanger bist, trotz Kondomfabrik. Was ich auch nicht verstehe, wieso die April so leise ist. Geh mal so hin. Ach, das sieht doch einfach schön aus, oder? Ja, wie du isst deine Würstchen? Sehr gut. Hier, April, du könntest dir dann auch noch was nehmen. Sehr gut. April, kannst du das auch? Singen üben gehört dazu. Ja, ihr könnt dann auch gleich mal eure Vorsätze feiern. Shane, können wir bei dir irgendwie auch was tippen, dass du was machst? Ah, das ist nur die Interaktion. Okay. Dann kann die Emmy mal überlegen. Sie kann erst mal singen üben. Oh, hallo Maus, danke. Aha! Was macht der denn jetzt? Uh, Shane, wir haben zwölf Uhr und du trinkst schon was. Ihr habt ja alle gegessen. Habt ihr das eben gesehen? Meine Maus spinnt, ich kann nicht so gut scrollen. Tut mir leid. Können wir das jetzt irgendwie ins Dings packen? In den Kühlschrank? Hier weglegen, April. Emi? Machst du dein Tellerchen dann noch weg? Mein Schattenlein. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Die Emi kann voll gut singen. Ich bin ja so gespannt, wenn die morgen altert, wie die als Teen aussieht. Es ist ja morgen schon. Ich bin so aufgeregt und bin... Ich bin echt mal gespannt, wie sie aussieht. Das ist so. Ich bin echt mal gespannt. So, Emi. Wenn du möchtest, kannst du dann hier noch ein bisschen spielen. Auf jeden Fall kriegt die Emi das Verantwortung. Wir versuchen es noch voll zu kriegen, dass sie auch Empathie hat. Und emotionale Kontrolle war, glaube ich, irgendwas, dass man die Jong-Gen schicken kann als Team. Das finde ich sehr cool. Oder auch mit Musik entspannen irgendwie sowas. Das sollten wir dann auch relativ gut hinkriegen. Konfliktlösung. Müsste die Mama ihr dann Entschuldigung beibringen, zu sagen. Aber auch schlechte Beziehungen erhöhen die Konfliktlösung. Ja. Die Emi hat gerade Level 2. Und die Emi hat hier schon sozial und kreativ voll. Motorik. Betty. Du provozierst mich gerade. Kann sie hier durch jetzt ein bisschen was machen, wenn sie hier spielt? Ja, mental. Was war das nochmal? Ah, das war so ein bisschen experimentieren, Hausaufgaben machen, Schachttisch. Ja, da haben wir ja oben den Tisch. Und was macht jeder? Gut, Emi. Du hast genug gesungen. Könnt ihr zusammen tanzen? Ja, komm, tanzt mal ein bisschen. Dann habt ihr vielleicht das erste schon abgeschlossen. Die Emi darf ein bisschen klettern. Die zwei Tanzbolde. Piu. Sie hat es geschafft. Sehr gut. Vorsätze fassen. Das kriegen wir ja dann hin. Abends gucken wir dann noch. Ja, dekorieren kriegen wir leider nicht hin. Wir haben nicht so eine Box. Das habe ich vergessen, als ich zuvor ja, hier ein bisschen umgeräumt habe und so. Da darf die Emi drin schlafen. Ach, April. Ich bin ja so gespannt. Was für Babys. Und vor allem wie viele. Was es wird. Und ach, was weiß ich, was alles. Wow, April. Geh ich da voll ab? Oh, Schennyboy auch? Ach, ihr Süßen. Emi, was machst du? Du machst einen Schneemann. Ja, das ist doch eine Idee. Könnt ihr zu dritt auch einen Schneemann bauen? Schneemann bauen mit? Okay, man kann es nur zu zweit. Schade. Aber nicht schlehen. Dann kann die Emi doch hier ihren eigenen Schneemann bauen. Ja. Also mir gefällt es bisher. Dann können die drei hier noch ein bisschen spielen. Ich hoffe, April geht es gut. Leider habe ich jetzt die Yogamatte vergessen. Aber ist halt so. Ich kann nicht an alles denken. Der Ikaya schreibt gerade. Ich habe gerade eine Wette abgeschlossen. Der Verlierer muss dir Geld geben. Ah, der Shane danzt noch. Und die Apple macht jetzt hier alleine einen Schneemann. Ah, ihr süßen Mädels, dann mach ich halt von euch. Ein Foto. Uh, und sie hält sich gerade im Bauch. Ui, 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 ui. Da hat sie auch letztens ein Moodlet gehabt, dass sie den Babykick gespürt hat. Das kommt, glaube ich, alles durch den Slice of Life. Ich vermute es. Ich weiß es nicht. Ich gebe keine Garantie da drauf. Aber ich finde das so süß. Und da gibt es auch noch verschiedene andere Sachen, die sie dann da spürt. Also, ich finde es einfach goldig. Aber die Emmy freut sich auf jeden Fall auf ihr Geschwisterchen. Ach, April. Hier, bau mal deinen Schneemann weiter. Wenn die beide bist noch da. Ja, du danst noch. Okay, nicht, dass du abhaust. Ja. Nee, ich finde es cool. Mir gefällt es. Klar könnten sie wahrscheinlich durch das Dschungelabenteuer Pack viel, viel mehr machen. Aber ich finde, das reicht vollkommen aus für die drei. Oh, April, den Schneemann habe ich aber noch nie gesehen in Sims. Ah, oder ist das, kommt es daher, weil die April einfach größer ist, als sie höher bauen kann. und die Emmy immer nur so kleine macht. Was heißt denn bestäuben? Heißt es dann pinkeln gehen? Oh, geil, April. Was hast du dem denn angezogen? Oh, geil sieht der aus, ey. Nicht schlecht. Gehst du denn jetzt hin, was machst du denn? Mit Shane plaudern. Okay. Hammer, oder? Sieht der geil aus, der Schneeband. Vor allem die Haare. Ach, geil. So, Emmy und deine. In dem Vormann. Bin mal gespannt, was du draus zauberst. Wenn du möchtest, kannst du dann hier schon mal anfangen, ein paar Hufeisen zu werfen. Und da können deine Mami und dein zukünftiger Papi mitspielen. Ah, da bist du. Es wird schon vorbei. Sie kommen auch schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Emmy, wie dein. Ja. Okay, es liegt eindeutig daran, dass die Emmy ein kleines Kind ist, aber ich finde sie geil ausfallen mit seinen Handschuhen, mit seinen Tomaten als Augen, mit dem Blümchen und dem Kochlöffel als Mund. Sehr cool. Und April, triffst du? Halb. Fast, aber man sagt ja immer, knapp daneben ist trotzdem daneben, aber es kommt schon nah ran. Oh, jetzt kommt da Shane dran. Und trifft er? Oh, fast, Shane. Fast? Hey, wieso machst du denn jetzt zweimal die April auch zweimal schon gemacht? Jetzt singt die April auch gut. Komm rein. Ja. 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 Ja, ja. Nee. Ich finde es echt schön. Schade, dass man das noch bauen kann. Dann hätte ich die Deko-Box da irgendwie noch hingestellt. Und die Emmy hat gerade Level 9 Motorik. Okay, also wenn wir das hier machen lassen, kriegt sie Motorik sogar auch auf. Zählt das da rein? Okay. Dann müssen wir nur hier Tupsi. Kannst du dich hier bitte hinsetzen? Oder dahin? Oder gehst du in einen Baum? Dann geh in einen Baum. Gut. Mental. Dann muss ich ein bisschen Schach spielen. Vielleicht mit Shane zusammen. Aber auf jeden Fall verstehen die beiden sich gut. Das nimmt mir schon mal den großen Stein vom Herzen. Weil das wäre nichts, wenn Emmy sich mit dem Shane nicht verstehen würde. Das würde ich nicht aushalten. Eine Lerngruppe. Genau, die Mia habe ich noch mal eine neue Flisur gegeben. Wieso Lerngruppe? Wir haben doch unsere Mädelsgruppe. Die machen wir dann auch mit allen dann. Mäbler 380. Wow, wieso hat der Emmy auf einmal so viele Punkte? Emmy hat 2800. Also den den jetzt fehlt mir das Wort wieder. Den mehrenfreulichen Seetang habe ich der Emmy jetzt noch nicht gekauft. Weil ich ja als zweite oder dritte Staffel ich weiß nicht wie sich das jetzt entwickelt ja was geplant habe und ich muss gucken wie das reinpasst. Oder ob man in Egypt und später dann wieder rausnimmt. mal gucken Shane, wieso schmollst du? Aber das ist ein sehr schöner Hintergrund. Und auf dass da Shane schmollt sieht es eigentlich voll gut aus. Gib mal dein Schatz einen Kuss. Da kannst du fragen was los ist. Ihm ist unwohl. Musst du vielleicht pieseln? Ja, du musst pieseln. Ah, dann geh doch pieseln. Los. Hält dich doch keiner hier fest. Ich habe schon gesehen dass die auch einfach irgendwas anderes waren wenn sie dann wieder in der Reihe sind dann kommen sie wieder her. Gömmi? Und ihre Mami kann auch echt gut singen. Finde ich. Ach Amy ich bin ja so gespannt wie du als Teenie aussiehst. Vor allem habe ich noch Shane, warst du jetzt auf Klo? Oder was hast du jetzt gemacht? Ich glaube, das weiß er selbst jetzt so genau. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung wie ich die Emi irgendwie so gestalten soll. Bzw. was stylen. Auf jeden Fall habe ich mir mal letztens die ganzen Regeln rausgesucht und bin die mal durchgegangen und wir haben alles eingehalten Ich möchte die Klammer kurz abmachen wenn die hier weiterspielen und Ziel ist das ja dass dein Kind eine glückliche fürsorgliche und lebevolle Kindheit und Erziehung genießt. Wir haben den Schulabschluss mit Note 1 absolviert. Sie hat schon, finde ich die große Liebe gefunden und wir sind an Familie gründen Also eigentlich haben wir die Challenge Ich kann doch mal jetzt hier so kurz überfliegen Wir haben nicht wirklich Aufmerksamkeit auf uns aufgezogen Wir haben erst mit 5000 Simoleons gebaut Mit Erwachsenen haben wir glaube ich gar nicht gesprochen wenn ich mich erinnere Wir haben keinen Job bis zum jungen Erwachsenenalter angenommen Wir haben nur durch Garten Malen durch die Werkbank unser Geld verdient Wir sind immer zur Schule gegangen Hausaufgaben haben wir immer so 70-80% immer nur erledigen können Wir haben das kleine Amy-Line zu Hause gekriegt Das Bettchen haben wir gekauft Wir haben sie nie vor ihrem Geburtstag altern lassen Die beiden haben voll ihren Spaß Die Amy die April geht jetzt duschen Ich lasse die jetzt mal kurz ihr eigenes Ding machen Nur müssen wir dann auch langsam mal anfangen dass die sich was zu Abendessen machen und so dass die dann auch mal hier ihre Silvester Gedöns abschließen Freundschaften hatten wir Shane zieht nicht ein ohne dass Amy vernachlässigt wird Also in meinen Augen haben wir alle Regeln eigentlich befolgt Du kannst mir dazu deine Meinung nochmal sagen aber in meiner Sicht gab es keine gravierenden Regelverstöße eigentlich So Amy was guckst du dir denn im Fernsehen an Silvester TV schauen Ah ja okay dann guckst du schon mal Silvester TV Wenn die Apple gebadet hat darf unsere gute Apple was zu essen machen Machen mal ein schönes Fest Essen Wo ist der Herd auch hier ist der Herd Fest mal kochen Wir hatten letztens Drutern ich möchte nicht schon wieder dasselbe irgendwie kochen Ich bin absolut kein Fisch Fan Vielleicht machen wir das Schinken Fest mal Ray schreibt Wieso habt ihr alle Weihnachtssachen an Wie hast du Lust etwas zu trinken Ray Ich bin schwanger Das geht nicht Ein Tapetel wechseln und ein Gespräch unter vier Augen würde mir echt gut tun Das kann ich dir voll und ganz nachvollziehen und dir abkaufen aber wir wollen unsere Zweisamkeit an bzw. unsere familienzeit an silvester wieso kannst du nicht kochen komm hierher mein schatz los du kleiner baby bauch zweites trimester in 15 stunden baby mama so dick so mein schatz kannst jetzt hierher kommen und sie hält sich wieder ihr bäuchlein und jetzt solltest du hier bitte ein fest mal machen das sollte eigentlich gehen jetzt verstehe ich nicht liegt es daran dass die vielleicht am weg irgendwie was hat ich verstehe es nicht auf jeden Fall macht baby mama jetzt was zu essen unser chenny boy ist bis jetzt noch da was ein glück ja vorsätze können wir schlafen dann ist silvester auch schon vorbei aber ich wollte jetzt mal hier gucken ob die apple auch alle kennt überhaupt damit wir dann morgen die party steigen lassen können wir kennen auf jeden fall den ben und die ellie juki und leo sind hier okay oh gott jetzt ist natürlich die frage wie wir das machen dass wir die anderen einladen ich würde die einfach wieder dazu einladen heißt die emmy ruft dann den leo und die juki her und die mama april macht dann die anderen zwei aber mir fällt gerade auf wir kennen immer noch nicht eins der kinder mama april wo hast du das essen hingemacht oder du hast was drüber gekippt okay april was machst du denn da wir kennen den lexus noch gar nicht ja apple passt bitte mit deinem bauch auf gibt es ja nicht du brauchst keine kunststückchen zu voll führen wie sie das macht ach apple du wirst ja es gibt die positiven stimmungsschwankungen und die negativen und apple dachte gerade sie wird eine schlechte mami bringst du es jetzt dahinter ja hier mein schatz dann ruf mal zum essen und du brauchst gar nicht hier wieder hinter den pcs lang zu laufen du kleiner stinkstiefel du gehst nicht hinter die pcs nein nein jetzt rechts gehst hin die pcs die geben halt immer eine schöne wärme absuchen wie mein laptop war da hat sie immer auf den laptop gelegt das ist eine zene sache nein 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 nicht zene sache dann machst sie kaputt okay dann geht er kaputt habt ihr euch jetzt was genommen ihr zwei emmy ah dann mama ist halt anders bitteschön shane falls du hunger hast kannst du dir gerne was nehmen ja es riecht gut und mama kann sich hier drüben hinsetzen oh ne stopp okay wenn sie jetzt hier alle rüber kommen dann kannst du hier auch essen mein mat shane boy kommst du auch du kannst gern dich hier zu uns setzen und mit uns essen du musst aber nicht also ich zwinge keinen wie können wir können wir die kerzen machen nein können wir nicht gut dann hätte ich gesagt darf die emmy im Anschluss einmal doktor spielen oh april pass auf ja ich gucke hier schon auf den timer allzu viel Zeit haben wir nicht mehr deshalb spule ich jetzt mal dass die beiden süßen ein bisschen schneller essen hallo kannst du bitte hier drauf pieseln du musst nicht in den bus gehen shane hast du jetzt was zu essen geholt oh mein gott wie süß und ich muss sagen durch das 1-2 yoga machen was die april jetzt gemacht hat finde ich hat sie schon ein bisschen abgenommen ich darf nur ich muss nur aufpassen dass sie es nicht zu exzessiv macht dass es ja weil ich möchte nicht dass sie zu muskulös es soll einfach sein dass sie ein bisschen muskulös macht dass es nicht zu krass ist so april geht pieseln wo haben wir den mülleimer hin dann räume ich jetzt mal vor euch auf ist immerhin silvester dann dürfte das ja dann machen wir die emmy jetzt in die gruppe wieder hinzu und dann könnt ihr alle verdammt verdammt ich das wird nicht gepieselt ganz schnell hierher kommen wir haben schon nach null uhr wir haben nach null uhr los schnell 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 los jetzt kommt hierher los emmy nein zusammen kanal schauen zack zack jetzt ey das ist das silvester ist grauenhaft muss ich sagen apple los ich hoffe dass das jetzt noch zählt auch wenn wir schon ein ohr haben ich glaube es zwar nicht ja gut emmy dann fässt du jetzt mal hier deine vorsätze wo ist es vorsatz fassen okay also wir können nur schließe innerhalb von sieben tagen den meilenstein eines gewählten bestrebens ab um diesen vorsatz umzusetzen mein problem ist jetzt ich weiß nicht was mit meilenstein bedeutet ob man auch eins diese aufgaben machen muss oder ob man das ganze nehmen hat 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 geklappt ich mache auf jeden fall jetzt mal dass die vorsatz gefasst okay aber das haben sie jetzt leider nicht geschafft okay nicht schlimm dann darf die emmy jetzt noch auf toilette okay das ist da in der simbologie ist das jetzt aufgeführt okay dann gucken wir noch mal kurz hier rein also ich würde sagen dass ich motorik mache dass sie am klettergerüst irgendwas spielt ich hoffe dann dass das dazu zählt auch wenn das jetzt schon angebrochen ist dann ich müssen mir gucken dass sie hier irgendwie scharf spielt oder so aber ich glaube nicht dass wir das noch voll kriegen das gehe stark von aus ich hoffe natürlich auch dass wir vielleicht empathie noch folgen deshalb würde ich sagen wie geht es dir denn soweit du bist noch relativ fit dann gehst du aufs glo meine liebe april du kannst hier noch ein bisschen silvesterschau kommen dann darf die emmy im anschluss noch ein bisschen doktor spielen und du darfst dich mit dem oh shane schon eingeschneit shane leg dich doch ins bett du kannst dich doch da hin langsam langsam gut ja 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 so ist das so apple dann darfst jetzt mal dein shiny schatzi knutschen schreibt mir gern mal in die kommentare ob bei deinen sims wobei okay jetzt sieht er nicht mehr so dick aus aber sie hat schon eine kleine kugel definitiv aber ihr steht der bauch wirklich ob bei euren sims auch die bäuche so dick sind ich meine die waren nicht so dick vorher oder ich habe einfach dick in der optik kann das auch sein dann hätte ich doch gesagt dürfte noch mal testeln ich weiß jetzt nicht wo ihr testeln geht und dann ja dürfen die beiden die dreien dann auch schon schlafen gehen und dann ist die Folge auch schon zu Ende ich bin gespannt was du sagst ob es dir gefallen hat oder okay sie gehen im Bett testeln sehr gut dann spule ich jetzt gerade so lange die testeln ich hoffe das testeln ist diesmal gut okay wir haben zumindest Herzchen und Feuerwerk es sieht so danach aus gut die schlafen jetzt so auch gute gelöster mit im Bett schläft wie müsstest du dann noch doktor spielen ich würde jetzt sagen dass du auch hoch in dein Bett gehst los und dass wir jetzt ja die Folge dann beenden ich mache jetzt Pause nicht dass mir alles wieder weg rennt und schreib mir mal gern rein ja wie du das Silvester fandest auch gern schon mal viele viele Baby Namen so viele wie der einfallen und ich wollte diesmal einen aus der Community nehmen und hoffe natürlich daher sehr dass ihr mir ein paar zuwerft ja und gucken wir gerade nochmal hier ich fand es war eigentlich ein sehr schönes Silvester freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Tag da habe ich nämlich so eine ganz klitzeklitzeklitzeklitzekleine Sache geplant und bin sehr gespannt ob ich das so hinkriege was du dann natürlich auch dazu sagst ich mache das ja nicht nur für mich als Hobby sondern auch zum Teil für dich für euch und ja dann würde ich aber sagen ich höre jetzt auf zu babbeln wünsche dir noch einen ganz ganz schönen Tag bleib gesund passt auf dich auf bitte und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder Tschüss